Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja Hausmann. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspiration rund um euer Hobby. Heute habe ich mal wieder mein Format kurz gezeigt. Da zeige ich euch kurz und knackig, was ich gebastelt habe. Und zwar habe ich diesmal hier eine Explosionsbox zur Jugendweihe. Das ist eine Auftragsarbeit gewesen. Da habe ich dann mit Holzteilchen gearbeitet, viel Silber und einen leichten Grünton. Ja, innen drin habe ich hier die Moos gearbeitet und überall natürlich wieder die Holzteilchen. Das war es auch schon. Kurz und knackig. Meine heutige Idee für euch. Wenn ihr keine Bastelideen verpassen wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Bis zum nächsten Mal.